Fakt des Tages Nummer 1 Meine Stimme wurde für die Weisheiten des Tages nicht verzerrt. Fakt des Tages Nummer 2 Händewaschen nicht vergessen, heute ist nämlich Händehygienetag. Fakt des Tages Nummer 3 Heute am 6.5. ist übrigens der Anti-Diät-Tag, also haut ordentlich rein. Fakt des Tages Nummer 4 Die erste Computermaus hieß XY-Positionsanzeiger für ein Bildschirmsystem. Fakt des Tages Nummer 5 Keines meiner Fahrzeuge in Scrap Mechanic fällt um und wenn doch, richtet es sich immer irgendwie wieder auf. Fakt des Tages Nummer 5 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 Fakt des Tages Nummer 5